Skyforge Ich habe eine Meldung bekommen, dass ich quasi genügend Prestige habe, um eine neue Quest anzunehmen Und das möchte ich dann einfach mal machen Dazu Moment Dazu muss ich Genau, hier nach oben Und in die Hauptstadt, ne, neue Quest Na, dann machen wir das mal, komm Zack Teleportation Teleportation So, schwupps und schon sind wir Ja, in der Hauptstadt Ich schaue mich kurz mal rum Wie man sieht, Winter ist vorbei Nichts ja mit Leuchtekugeln und Schnee und ähnlichem Jetzt muss ich mal schauen, wo ist denn die neue Quest System Argus möglicherweise Sieht so aus, ne? System Argus Ein Programm, um die Mechanoiden freundlich zu machen Ähm, okay Ja, genau, ich mach das Interessante Ja, genau, ich mach das Interessante Das, wo man den Kopf bei verlieren kann, ne? Ein Glück, dass ich unsterblich bin Äh, Geschenk der Anhänger Wollen wir... Ne, das machen wir jetzt nicht So, was hab ich denn hier noch Archipel Itanos Erlange 300 Funken der Schöpfung Zerstöre... Der Zerstörung oder des Gleichgewichts In beliebigem... In beliebigem Verhältnis 30% Äh... Okay, also wir können zwei Sachen machen Echt, entweder das Archipel Archipel Oder wir machen Flavius Forschungen Ausgrabungsstätte Isola Da waren wir ja auch schon Ein paar Mal So, Archipel Seibar Nein, nein Ich würde ja gerne jetzt irgendwas Neues Tatsächlich machen Denn... Wir kennen die Region Isola ja schon Du brauchst 509 Prestige Die Plattform Kleinen Moment mal Insel und so weiter und so fort Nein Schlacht Einheit Seibar Ich suche dieses Archipel Aber... Ich hab hier nur das Archipel Seibern Hm... Seht ihr das? Ich seh's nicht Muss ich gestehen Kommt das irgendwann später? Hm... Na gut Machen wir mal Flavius Forschungen Damit wir... Damit's weitergeht, ne? Bin mal gespannt, was wir hier machen müssen Wahrscheinlich geht's ganz schnell Und dann schickt er uns wieder woanders hin So, da sind wir Also die Archipel Archipel... Italos heißt das Archipel... Italos Also ich hab's nicht gesehen Merkwürdigerweise Okay Ähm... Egal Flavius Forschung Ausgrabenstätte Isola Testet die Vorrichtung Auf den Mechanoiden In der Ausgrabenstätte Na gut Egal welche Höchstwahrscheinlich, ne? So, hier haben wir keine Mechanoiden Das sind alles diese Vögel-Geschichten, ne? Die Mechanoiden sind am Ende Die sind am Ende Mh... Wollen wir da hinlaufen? Ich... Ja, die sind hier irgendwo, ne? Oder sind hier auch schon welche? Ich glaube hier sind Mechanoiden Also müssen wir gar nicht so weit laufen Okay, wir müssen Hier so rum, ne? Also Ich versuch schnell zu machen Am besten indem ich reite, ne? Das würde mir helfen Schnell zu sein Konz, 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 konz Tralalalalala Tralalala Tralala So, dann nach oben Rechts rum Rechts rum Und links rum Jetzt geradeaus durch Und dann müssten bereits Mechanoiden irgendwo kommen, ne? Ja, da sind sie doch So, jetzt ist die Frage Was, was soll ich hier an denen testen? Raubgutrückgabe Ich glaube, er ist Angst vor dir. Er ist eine Gefahr. Ja, toll. So. Also, es hat dazu geführt, dass die Angst hatten vor mir. Okay. So, da sind die Nächsten. Hm, komm mal her, meine Süßen. So, teste Vorrichtung. Ja, test, teste, Vorrichtung. Wow, es hat explodiert. Du hast diesen Hunk von Schminder in die Schminder. Das könnte sinnvoll sein, zu registrieren. Was? Eins? So, bitte einmal, äh, teste Vorrichtung. Geh zurück! Schau mal an, es ist livid. Alle Systeme sind in Überdrive. So, und nochmal. Ausprobieren. Komm, ausprobieren, ausprobieren. Ja, gute Frage. Ob das Ding jetzt denkt, es sei ein Mensch, oder ob das Ding jetzt denkt, ich wäre ein Mechanoid. Komm. Also, ich bin durch, ne? So, ich bin durch, ne? Teleportationsbomber. Teleportationsbomber. Einmal hier runter, oder einmal da rüber. Ich glaube, wir nehmen den. Das müsste relativ schnell zu erreichen sein. Verdalt. Oh! Ja, ist das? Oh! Oh! So, mal gucken, was uns Flavius vielleicht zu sagen hat. Ob das Ganze denn auch Prestige bringt am Ende. Wer in der Hölle bist du? Hoppsasa, hoppsasa. Hoppsasa, hoppsasa, hoppsasa. So, und weg hier. Ab in die Hauptstadt. Ja, Hauptstadt, ne? Und dann gleich zu Flavius. Und mal ein Gespräch mit ihm anfangen. Der baut ja auch gerade an diesem Göttergefängnis. Bin mal gespannt, ob er mir dazu auch noch irgendwas sagt oder ob er sich da ausschweigt. Forschungszentrum, bitte. Ich würde gerne auch mal wieder mit Laertes sprechen, aber der, ja... Der hat momentan nicht viel zu sagen. So praktisch gar nichts. Ich vermute, da muss ich, also... Äh... Wo ist denn Laertes? Scheinbar ist er... ...in seinem Gefängnis, oder? Also mit dem Gefängnis ist vielleicht Flavius zu... ...also... ...zu Ende, und, ja... Wir werden sehen. Ja, ja, blablabla... Ja, analysier mal. Und nun, was trinke ich davon? Ich will es aber jetzt schon wissen. Los. Viel Glück bei den Forschungen. So. Und ich bekomme... Naja, okay, immerhin ein paar... ...ein paar Kerne. Also, ich muss immer noch... ...Funken sammeln, ne? Ich muss Funken sammeln, um... ...ja, um diesen Auftrag zu erfüllen. Ei, ei, ei. Also. Ich gehe mal kurz in die Halle der Herrlichkeit, wenn ich schon mal hier bin. Dann kann ich die Geschenke meiner Anhänger ein bisschen abholen. Ja, die Frage ist, wo bin ich? Da. So. Geschenke! Geschenke, Geschenke! Vielen Dank, meine Anhänger, dass ihr so an mich denkt. Ich bin jetzt echt am überlegen, soll ich jetzt vielleicht eine Quest machen? Um die Funken zu sammeln? Um die Funken zu sammeln? Oder soll ich wieder auf die Insel Naori und dort die Funken sammeln, indem ich einfach mal so ein bisschen herumgrinde? Ja. Ich wäre ja am liebsten für eine Quest. Ich wäre am liebsten für eine Quest. Aber was haben wir noch nicht gemacht? So, Archipel Seilbar, den haben wir schon etliche Male hinter uns. Anlage 902. Fabrik 501. Ja, die habe ich auch schon so oft gemacht, dass... Hier, seht ihr, Schwierigkeit schwer mit dem Totenkopf. So weit bin ich da schon. Wisst ihr was? Wir machen Anlage 902. Genau. Anlage 902. Mönch würde ich sogar mal... Dann würde es mal 2 geben an Funken. Mönch habe ich mir schon mal angeguckt, aber... Ja, ja. Mal gucken. Ich sage mal, mal gucken. Zeit ist eh schon wieder rum. Ach, wie schnell das immer vergeht. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und... Ja, in der nächsten Folge gibt es Anlage 902. Ich sage mal, bis denn.